Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kit. Was um alles in der Welt war das für ein Wilsbold? Art Tabai. Ein Assassiner. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig Sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach. Doch du begreifst die Worte. Spiel nicht den hochmütigen, Kit. Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Hm. Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Das sind doch keine Schiffswanden. Hm. Die Blöcke. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, hm? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann. Spray! Bekommst du noch Luft, hm? Genug, um dich zu verfluchen, Kit. Das ist ein Schlafittchen. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz? Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Das ist ein Schatz. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den weisen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Das ist anscheinend nicht richtig. Ich weiß, ich weiß. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ah, die einen sind Raubtiere, die anderen Beuter. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Das ist die Frage. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Das passt gut. Das passt gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.